einen wunderschönen guten tag meine freunde wir fahren hier für den kandidaten einen diffusor kaufen von ingo noack ist für ein audi a3 8 p 2008er wir haben aber 2006 gucken ob das funktioniert so wie ich mir das vorstelle und ob das überhaupt alles passt und wenn es nicht passt denken wir kaufen wir trotzdem und basteln uns da was zusammen ich nehme euch einfach mal mit und mal gucken was wir da zusammen pfuschen können wir wissen halt nicht wie er gleich darauf reagiert wenn wir mit kamera kommen würden deswegen falls er was dagegen hat melde ich mich natürlich aus dem auto gleich wieder und wir schauen uns den gleich mal zusammen an falls wir den kaufen sollten was nicht passt wird passend gemacht mit dem irgendwo hinfahren alter mit navi er verfährt sich der sagt ich erstmal reinfahren pass auf spaß jetzt sagt er ist angekommen geht mir das scheiß an google digga google wir dürfen da nicht draufhören wo ist das? Badröhnhausen da kann sein dass ich hier nein eine weitermahn da kann sein dass ich hier drinnen von sich zwischen nein die straße da das haus da fahr weiter fahr links fahr weiter fahr drehen nein scheiß drauf fahr jetzt jungen du hättest richtig cool machen können im video das war kackt einfach ich fahre schon er sagt lass deinen dreh ja kannst du sicher auch während der fahrt machen? ne anzeiten nicht ist das richtig? ja das müsste sein du hast das navi mach mal auf du kannst du das navi ausgaben? ja du bist so ein pitty alter kannst du das navi ausgaben? hier bist du das navi ausgaben? hier navi hier navi hier navi wo? so ich meld mich gleich hier navi hallo 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 ich glaube der ist eine gefangene scheiße wir sollten mal auf sein handy gucken der sein handy ist kaputt er sagt seine wange also was ein typ hallo doch das sind die bestimmt also wir haben gerade den diffusor gekauft der kannte uns auch also der kannte äh der kannte just deep und ja passt natürlich nicht so gut wie wir uns gedacht haben also der ist eigentlich äh äh der passt nicht so ganz gut also der ist eigentlich für den 2008er wie gesagt der hat eigentlich gesponnen aber hör mal zu der ist eigentlich für 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 eine ganz andere stoßstange aber irgendwie kriegen wir da schon hin ne? ich hoffe es doch doch kriegen wir kriegen kannst du bitte vernünftig fahren alter was ist vernünftig? 130 30 wow man der beschissen höre ich spaß am fahren haben da hat die bremsen vor mir sehe ich schon hast du gesehen jungen? ich wusste doch wohl gar nicht die bremsen ich wusste doch wohl gar nicht die bremsen der vor uns der ist der vor ihm weißt du eigentlich nicht ja doch der lichtfahrt muss ich jungen ist dein fahrwerk hart alter guck mal da ist deine 5 serie komplett weiß ich nicht fühl ich so nicht was? ne der 5 komplett so serie da fehlt alles wirklich der spoiler fällt so weiß ich nicht das ist für mich keine 5 mehr weil da fehlt ja alles ja der hat auch kein S-Line kein nichts ne? ja aber das ist nackte Roshi aber auf Serie finde ich den schön ja aber fehlt richtig was nur der hat S-Line nein der tende nicht mal steht S-Line der kann sich auch einen RS5 draufkleben aber der hat kein S-Line mit der Front guck mal RS5 Front was? RS5 Front guck mal aber mit der RS5 Front ja aber voll geil du kennst es echt das ist Schweiz ja das ist mal das letzte hast du mich gerade disrespektiert aber ich auch richtig hast du mich gerade disrespektiert wie mein RS5 Front ja der hat ja das Luft ja der hat ja das Luft ja der scheiß drauf der hat ja wir hatten nach 5 Minuten ey das Luft ja wie ist das Diffusor der passt ja das so eh girl you got me shook from the way your body looks got me riding hooks got me feeling like a ruck I don't do it by the book but for you I'll take a look don't know what your mama took sweet and spicy like a cook yeah I'll keep you real let's make a deal buy you a meal if you just let me feel get out your heels grab on the wheel back to my place at the top of the hill also wir haben folgendes Problem und zwar ist hier Angst ist hier immer runter kriegen den auch so nicht dran werden das Stück hier wir werden das da dran machen so so hier schneiden wir das weg verbinden hier mit der Kante und hinten mit der Kante und schrauben den in der Mitte auch noch fest irgendwie an die Stoßstange dass man das von außen nicht sieht aber von innen ballern wir den komplett zu ich weiß jetzt noch nicht wie wir mit den Löchern hier wie wir das machen wollen wir das reinschneiden ich weiß nicht willst du dass das reingeht oder willst du das so ausstehend haben ich will das so ausstehend haben ich glaube das sieht besser aus also ich finde das sieht besser aus wir brauchen Schrauben jetzt wir fahren jetzt im Baumarkt ja ja was soll man machen wir müssen jetzt aus scheiße Gold machen alter war aber irgendwie klar aber selbst wenn wir es verkacken ey es ist dein erstes Auto ist nicht schlimm weißt du nein wir kriegen das schon Endgänze es ist halt scheiße dass wir jetzt auf Video alles haben weißt dann können sie dich haten komm Peter komm als Kinger oha dieses andere knapp alter ich sag ja die Leute können nicht fahren so ein Ding ist das ey beendet ne wallah ich schwöre du hast gesehen der hat sich jetzt aufgeregt der hat wirklich so Glück gehabt alter ja genau pass auf das zähl doch erstmal Werbevideo wegmachen neger ah Junge worauf wartest du auf Weihnachten alter blitzer ne ah bis dahin Beschleusung über 60 ja der hat einfach kostenlos schrauben bekommen weil die Artikelnummer nicht gefehlt hat du sagst du wissen sie was schönen Gruß von TUM wir schenken ihm die Schrauben wir gehen gerade raus da haben wir jemanden glücklich gemacht danke Kika der kriegt einfach das ist ja so Glück weißt du ich würde wieder 80 Euro bezahlen ich würde mich halt mal ich würde mich auf jeden Fall entschuldigen schon dafür für die Arbeit für gleich weil das passt vorne und hinten nicht wir passen das jetzt irgendwie zusammen dass es passt weil der Junge unbedingt einen Diffuser haben möchte Sünde was wir gerade machen ne ja ist nicht schön also schlau ist das nicht schlau ist das nicht aber geht halt nicht anders alter muss man machen was macht ihr schon wieder seid ihr schon wieder am Puschen übelst eigentlich kann man das gar nicht online stellen oh scheiß ich würde sagen wir stellen so ein J meinst du nicht ne aber sonst wenn ihr so am Puschen seid dann müsst ihr es auch nicht rutschen nein nicht wegen den Videos mir sind andere Leute Kommentare egal aber ich weiß schon Tobi wird da richtig Material raussuchen Tobi wird mich bei Wessi richtig kaputt auslachen oder André noch schlimmer ja anders kannst du es aber nicht anschrauben was ist das Ding man muss einfach nur den Wind auflaufen so der Diffusor ist dran wir konnten nicht viel aufnehmen beim Einbau weil ich mich so doll aufgeregt habe und wir dann vergessen haben zu filmen einfach weil wir so viele Probleme damit hatten ich nehme euch jetzt mit zum Porn wir leiten jetzt über zum Porn und zeigen euch das Endresultat von dem Audi A3 8P für mein Bruder und äh ja und äh ja ja